Hallo. Hallo. GTA. Ja. GTA. Ok, also, wir machen Sicherheitspass. Und zwar Sicherheitspass. Was ist ein Sicherheitspass? Sicherheitspass, das geht darum, dass ein Pass für die Sicherheit ist. Haben sie alle verstanden? Ok, legen wir los. Das Bild mit beiden drauf, oder? Ja. Ich nehme an, das ist so etwas wie der Schweizer Pass, oder? Genau, einfach für die Sicherheit. Also, der Schweizer Pass. Ey, also, Schweizer Pass. Bist du sicher, dass du Sicherheitspass der Stufe 2 für diesen Raubüberfall beschaffen möchtest? Ey, weisst du, was ein bisschen eine sassi Sache ist? Was? Wir haben auf einer Video die Emission schon mal gemacht. Aber wir machen es genau mal! Extra für euch! Unsere Zwischen. Oder wenn wir noch mal die Liebe schauen, was sie schon gemacht haben, oder? Du weisst, wenn es dort oben bei optional steht, dass wir es noch nicht gemacht haben, dann müssen wir es machen. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Yo! Wo ist mein Deluxo? Ich hasse es einfach! Ich nehme dein Deluxo! Ey! Ey! Komm schon! Komm schon! Ich weiss auch nicht, wo mein Deluxo ist. Nicht hier! Du musst rein gehen, sonst wirst du mich verarschen! Hallo! Hm? Dort, ja! Dort durch! Rechts! Rechts! Ja, rechts! Ja, geht raus! Ja! Ja! Nicht schiessen! Nicht schiessen! Nicht schiessen! Nicht schiessen! Wie sonst nicht schiessen! Okay! Also keine Argete meine ich! Okay, wir gehen jetzt! Jetzt nehme ich an! Keine Argete! Ja! 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 Dort vorne ist es! Ich würde sagen, Landeklappe und ausfahren! Oder einfahren! Boom! Okay! Dann! Nicht schiessen! Ich schiessen! Nicht schiessen! Kann ich einfach abballen! Ja! Mach ihn kaputt! Mach ihn kaputt! Ist er down? Er ist nicht down! Wieso lebt da noch alle? Was ist denn? Wer denkt der, wer er ist? Ja! Alter, der beschützt halt jede Leiche! Ja! Auch wenn es schon tut! Haben wir nicht mal Schlüssel zu nehmen? Ja! Ich nehme! Ja! Tschüss! Ich muss dich beschützen! Ja! Das wäre gut! Solange du mich nicht in die Luft jagst! Stimmt! Kann das sein, dass wir letztes Mal die Mission auch schon gemacht haben! Aber wir das Teil in die Luft gejagt haben! Oh! 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 Man sollte es zwar nicht machen, aber wir machen jetzt hätten die am Steuer! Oh! Scheisse! Das wäre teuer! Ja! 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 Wenn er plötzlich weg ist. Es kommen mehrere Vlogs dieses Wochenende, werden aufgenommen. Online können wir sie noch nicht. Es gibt auch einen Vlog, der wird am 20. Oktober aufgenommen. Von dem haben wir im alten Video mal darüber gelabert. Ja. Kann man das so sagen? Nein. Wir müssen uns finden, worum es geht. Es wird eine Premiere. Es wissen halt nur die Hardcore-Fans. Ja. Wenn es solche gibt. Und wenn es solche gibt. Dann grüß gehen raus. Wie heisst der Jan? Jan, Jan. Hallo Jan. Grüß gehen raus an Jan. Wieso weiss, dass ich witziger bin? Das ist die Wahrheit. Das ist keine Wahrheit. Wo bist du jetzt hingefahren, Alter? Halt! Am Navi nach. Du hast jetzt die Cops verloren. Ja. Ich fahre da schön mit meinen 30 km. Nein, was? Ja, Tacho. 200 km. Ah, 70 mph. Ge-chillt. Ich gehe jetzt so in Gerichtsmedizin. Gerichtsmedizinern. Ey. Gerichts, das Wort kenne ich gut. Für morgen. Ha! Und was gibt's morgen? Morgen wird ein Kochvideo aufgenommen. Wir wissen... Schreiben doch in den Kommentar, was... Äh... Wann soll er kochen? Bro, bist du im Kommentar aufgelobt, Alter? Der ist zwei... Es sind zwei Jahre vergangen. Ich freue mich, auch wenn es schon aufgenommen wurde. Der ist lang... Das wiederkommt in zwei Wochen nach Aufnahmetermin oder so. Ja, ja. Dann, wenn wir im... Anderen Video-Aufnahmedings sind vielleicht... Ha! Ja! Hey, ich mache so und... Ale Mario! Also, wir haben in dem einen Video gesehen, dass wir das Verkriechenhaus haben, oder? Nicht das, wo wir jetzt dahin werden. Ich weiss es tatsächlich nicht. Ehh... Ja... Egal... Moin. Ok, ich schockiere da. Ah, meine Kamera, Alter. Ja, ich brauche es so klein. Bitte sag mir, darf ich dich behalten. Ganz unauffällig. Oh, sorry, sorry. Guten Tag, schönen Abend. Der steckt einfach in seinem Wagen, Schwerst. Wie geht das innen? Hallo, da sind die Bersta... 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 Bersta, Alter. Wir kommen die Leiche abholen, die sie hier haben. Aha. Ok, da ist der Ampfer wahrscheinlich nicht. Boah, das sind nämlich total... Nicht rennen! Das eine Game, wo du... Wo du so eine Frau bist, die in so einem Dings arbeitet. Ui, der hat aber schöne Unterhosen. Wie heisst das? Wo du die eine spielst, wo du die eine halt... Ich weiss es tatsächlich nicht. Ich weiss es tatsächlich nicht. Nicht rennen, Jamie. Dort, wo Hendo Platt das gespielt hatte. Der Heno hat das gespielt. Das ist so ein Gerichtsmediziner. Ah ja, das ist so ein Horrorspiel. Sorry. Entschuldigung. Lol, der Sack, in dem wir die Kiste vom Diamond Casino melden. Entschuldigung. Sorry, dass ich dich 50 mal umbracht habe. Die Leute stehen da gerade zwar neben dran, aber... Die haben es natürlich nicht gesehen. Ah! Einfach raus da... Wir haben... Einfach raus da... Wenn wir jetzt direkt rausgehen, haben wir noch... Ja, ist noch niemand da gekommen, einsteigen. Let's go, 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 let's go... So, jetzt los! X, X! Y! X, Mann, X! Du bringst meine Nerven um. Nicht nur deine Nerven. Ich habe noch andere. Ja, ist gut, Mann. Du musst die Lage auch. Hier. Okay, ich habe nicht gelaufen. Was? Was macht das Auto da? Die Luft wird gebrannt. Glaub ich. Nicht, nicht. Das hätte gefährlich herauskommen können. Du hast uns auch schon mit in die Luft gesprengt. Nein. Nein. Oh, sorry. Sorry. In das Wohnzimmer hineingeschossen. Sorry. Sorry für dich. Es wurde einfach so einfach in die Luft gesprengt. Ja, komm. Das hat eh niemand mehr gebraucht. Es war sowieso ein Halsteil. Ah. Ah, ja. Was hast du gemacht diese Woche? Verzähl doch mal von einer neuen Idee, die du hast für Sedimetern. Nein. Das ist bis jetzt noch geheim. Okay, dann erzähl nichts. Verzähl nichts! Ja, sorry. Ich habe nichts gesagt. Ja, jetzt hast du es schon erzählt. Ja, hallo. Was habe ich jetzt gesagt? Mann, Sedley. Ist in dem Auto Wasser am Boden? Ah, schau. Denkst du dein Kopf nicht unter deinen Händen? Jamie, erzähl doch mal, ob auch mal bei Weisskopf etwas läuft oder ob du nur bei Sedimetern aufnimmst. Das ist ja böse. Also. Wo fange ich denn? Wo fange ich denn an? Hm. Einfach gesagt. Eher weniger. Also es wird bei Weisskopf nichts geben. Warum denn? Weil Cedric viel cooler ist. Weil Cedric viel cooler ist. Haha, das wollte ich. Nur das wollte ich. Lester hat die Schnurren. Du machst das Outro zur Seite. Du machst das MP3-Datei, du machst das B-Stick und hörst es dir oben an, vor mir zu schlafen. Ja, gut. Wir haben die Mission abgeschlossen. Danke, dass sie bei dieser Fünder über Mission dabei waren. Und dort vorne ist unser lieber Freund Cedric. Du hast Zeit, etwas zu sagen, bis der Typ tot ist. Ähm. Leute, abonnieren. Liken unbedingt. Wir brauchen noch 100 Abonnenten dieses Jahr. Das schaffen wir noch. Bald wird ein Koch-Video angekommen in den nächsten 2-3 Wochen. Tschüss. G admiten� zwei